Die Besten zu werden ist schwierig, es zu bleiben noch viel schwieriger. Kennt eure Grenzen und überwindet sie täglich. Meistert große Aufgaben mit links oder rechts. Entscheidet Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Kopf. Geht als Mannschaft in den Kampf. Und als Sieger vom Platz. Und erreicht eure Ziele. Aber haltet niemals an. Denn... Best Never Rest.